So Leute, und die zweite Folge für heute, Pokémon MO3D. Aber erstmal Leute, ist mir jetzt was Interessantes, ich hab das zufällig gehört, ich hab hier was Neues, das kenn ich gerade nicht. Was bitte ist Loots? Ach ja, also ich gehörte da wieder ja weitere Items hinzufügen, steh. Aber guck mal kurz hier rein. Skin Tonics, uhuhu. Zum Beispiel brauchen wir wiederum diese Dinger da. Aber Leute, wenn ihr wollt, sagt das mal wieder, kann ich die ja mal einmal, ausnahmsweise vielleicht mal auch, ähm, erwerben, ne? Poker Outfits. Ja, für Pokémon Outfits, ne? Wow, cool. Dann verschiedenes, ja, Boxen, Suits, Anzüge, ne? Geht's hier eigentlich auch was Neues bei der Spielererstellung? Ne, anscheinend so noch nicht so wirklich. Ja, okay, alles gut. Ja, auf jeden Fall ist hier was Neues hinzugekommen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wofür Loots sein soll. Werden wir sehen. So, und Picacho, äh, nein, 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 nein. Ja, Wasser gegen Eis, ne? Eigentlich gar nicht immer so dumm, aber ich will doch lieber mit Picacho prügeln. Locked. Let's go! Yay! Letzte Folge für heute Leute wieder. Yay! Klopfkopf, du solltest dich nicht mit mir anlegen, dein Gesicht wird draufgehen. Siehste, ich hab dich gewollt, aber du wolltest nicht hören. Ach, Mensch. Du hast mir so gut wie gar keinen Schaden angetan. Ihr seid schön mutig. Ich muss sagen, ihr seid hier mächtig mutig. Nur, ihr habt keine Chance gegen mein Picacho. Teddy Ursachen, na perfekt. Dich hab ich gebraucht. Gut, aha, ich dachte schon mal ein Bereich, wo Teddy Ursachen kommen. Also hier, gut. Dann werde ich jetzt hier ein bisschen durch die Gegend... Warte, wie viel Teddy Ursachen muss ich erschlagen? Was war das? 30! Ich werde verkloppt. Na gut, wir werden jetzt ein bisschen hier in die Gegend rumlaufen. Dass wir ein bisschen Teddy Ursachen fertig machen. Man, ich kann ja hier sehen, wo alle die Pokémon auftauchen. Auch nicht Kleinstein. Ach, nö. So. Hast keine Chance gegen mich gehabt, ne, Klopfholz? Ich hab dich auch gewarnt, aber du wolltest schon wieder nicht hören, wie immer. Oh, Kubon. Mann, ey, was willst du immer von mir? Wie ist es so kaputt ist oder nicht, Kollege? Ey! Geht doch. Gut, ich kann nochmal noch ein bisschen weiter jetzt. Obwohl, aber ich jetzt hier schon mal ein Teddy-User gewesen ist. Na gut, wir machen mal weiter. Wir machen uns einfach ganz in Ruhe alles, ne, Leute? Dass wir noch schön weitere tausende Folgen bekommen, ne? Ah, wieder der kleine Knochenkopf. Yay! So. Eins und zwei. Tschüss. Ach, nö. Eins. Zwei. Der war schuld. Na komm, Energiestrahl brauche ich gar nicht. Lässt dich auch gleich von alleine auf. Pass auf. Äh, Moment. Hier. Hä? Ne, Moment. Hier. Geht weiter. Alter. Die ist doch energetisch noch aufgelacht von alleine. Ha, 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 ha. Besser nicht mit mir an den Kubot. Besser nicht. So. Iiiiih, das ist ja ein Programm. Das ist ja ein Programm. Das ist ja ein Programm, das ist ja ein Programm gegen mich. Ha, 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 wie geil ist denn das? Iiiih, ich verfrüge die jetzt lieber an und von den Pikat. Iiiih, ha, mein Pikat ist so, wie ich es wollte. Einfach nur super mächtig. Wie geil. Du solltest besser nicht angreifen. Du hast überhaupt keinen Schaden gemacht. Was sagt ihr eigentlich? Ja, ist ja schwer. Oh, die Werte sind aber auch alle... Boah. Die Werte sind aber auch alle bombastisch schon hier. Iiiih, ha. Ah, an sich schon, ne? So. Hier würde ich keine Energie schon wieder voll. Ja, je, je, je. Aber habt ihr... Die Pokobas haben wir alle, haben wir keine Chance mehr gegen mich. Kleinstein, nein. Tu es nicht. Du hast keine Chance. Siehst du es, wenn ich mal... So, das war es schon. Ihr, 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 ihr tut euch alle nur selbst fertig machen, ne? Entschuldigung, Entschuldigung. Was? Mit einem Schlag zu holen? Ja, ich meine, naja, wenn ihr meint, dass ihr alle so drauf gehen wollt, bitte, dann solltet ihr das auch tun. Ich meine, ich gebe euch ja eine Chance, ne? Aber, wenn ihr halt da nicht hören wollt, ne? Oder... Ähm... Aber es ist ja genau der Punkt, ich gebe euch ja die Chance, ne? Weil ihr wollt ja nicht. Ihr legt euch trotzdem mit mir an und haut euch alle das Leben kaputt. Ne? Wie zum Beispiel du schon wieder, ne? Warum? Warum machst du das? Das ist doch einfach. Ach, Mensch. Meine Energie ist mir da schon wieder voll geladen. Zick, zacke, Hühnerkacke, Aigem und... Na, komm, sieh. Siehste? Zack, zack, zack und... Oh! Nervenkoppel, kommst du auch noch an, oder was? Zack. Das war's. Siehste, schön Erfolg. Jehia! Mega-span Pikachu! Woo! Mann, Freunde. Wir brauchen... Ja, das wird jetzt immer wirklich ein cool... Das sind jetzt ein paar coole Folgen, wenn wir jetzt hier... Quer durch die Eisfüße laufen werden. Also, ne? Durch die Eismap. Und halt, ne? Erst mal alle Mann hier. Und jetzt mal in Ruhe, dann halt, ne? Die beiden... Zwei Quests gemeinsam erledigen. Und... Äh... Ja. Tja, schon sofort draufgegangen. Ach, Knochenkopf. Warum legst du dich hier mit mir an? Ha? Der nächste Knochenkopf wieder, warum? Lass es doch sein, du hast keine Chance gegen mich. Siehst du, dass er nicht ein... Kuckzack, schon draufgegangen. Und ich hab quasi gar nichts abgekriegt. Ne, hab ich auch nicht. Das ist hier wirklich ein Nix, das ich abbekommen hab. Oh, Rihorn. Kollege. Soll ich es dich nicht mit mir anlegen? Hast du gesehen, was passiert ist? Hast du dein ganzes Leben sofort verloren? Ey, wie ich das alle hier ohne Voliwer schlagen gehe. Das ist so cool. Boah, das dauert jetzt aber schon ziemlich heftig. Ach, Mensch. Nicht doch. Nicht doch. Nicht doch. Nur Kleini. Du haust dir doch nur selbst eine rein. Verstehst du das denn nicht? Wozu machst du das? Das ist doch... Das ist doch nicht nötig. Das muss doch nicht sein. Das ist doch nicht nötig. Das ist doch nicht nötig. Das war's für heute. So, weiter geht's Boah, die Täti-Uhr sind so toll, aber kaum auf Ich geh mal eher wieder mal Kräftig zurück Was bleibst du da stehen, du faulsack Ey Ich glaub, es ist Hagel von dir im Kopf Steht da rum Ich will nicht dich, Knochenholz Ich will Täti-Uhrs Knochenholz Ich hab schon wieder ein neues Wort Wie geil Knochenholz Ich will nicht dich, Knochenholz Ich will Täti-Uhrs Knochenholz Ich hab schon wieder ein neues Wort Knochenholz Was ist das so schön Da hab ich Knochenkopf Und hab ja Knochenholz gesagt Oh Mann So Entschuldigt, ich bin jetzt gerade so blöd Weil mir hier ist, Leute Hehehehe So, weiter geht's Ha, schön Ist die Nase wieder schnell frei Ich hätte mir wirklich mal Taschentücher in meinen Rucksack packen, Leute Hab ich das Gefühl Oder Sie würden dir eine Klopapierrolle Aber auch Taschentücher Wie wir hier sicherlich auch mal damit auslösen müssen Was hab ich dir denn gesagt? Hä? Du sollst dich nicht wie viel anlegen, du Dämholz Wieder ein neues Wort, Leute, ne? Also irgendwie werde ich aus dem Kleinstell überhaupt nicht mehr schlau Er haut man fertig Wie kann man denn nur so dämlich sein, Mensch? Übrigens, Leute Es kommt ein neues Spiel auf meinen Kanal Jeha Weil ich jetzt gerade bei Epic Games kostenlos Und zwar 911 Operator Also 911 Operator Jeha Hab ich das schon ein bisschen angeguckt, ne? Also bei Videos Und scheint interessant zu sein Werde ich definitiv auch mal ausprobieren, ne? Und dann könnt ihr hier in den Kommentaren entscheiden Ob ich's weitermachen soll oder nicht Wie gesagt Ist es gerade kostenlos bei Epic Games Aber ich hab gedacht Ja Mensch, komm, dann greifst du dir jetzt zu Warum denn nicht, ne? Weil damit's kostenlos ist, ne? Warum nicht? Und wenn's auch noch gut ist Will wieder ein neuer guter Stoff an meinem Kanal Jeh, ne? Noch mehr Content Übrigens Kommt auf meinen Discord-Channel drauf, Leute Ähm Da könnt ihr dann halt auch so ein bisschen so mit mir reden Und Ich kann dann auch mal sagen Was ich vielleicht so spielen soll Und was ihr gerne bei mir sehen würdet, ne? Weil, weiß ich nicht Vielleicht findet ihr ja Toll, wie ich spiele Vielleicht gefällt euch meine Art Wie ich die Spiele spiele Wie ich dabei rede Was weiß ich was Und habt ihr bestimmt schon so gedacht Mensch, mir wäre mal interessant zu sehen Wie ihr das und das spielt Wie das und das bei E-Mails Wenn ihr das spielt Deswegen Ihr könnt eure Wünsche gerne äußern Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben Aber Entschuldigung Aber ich hab natürlich halt auch einen Discord-Server, ne? Den Link findet ihr auf meiner Kanalseite Und übrigens Dieser Link, der da jetzt ist Ich hatte den aktualisiert Ist das einer, der immer gültig ist, ne? Ich hatte das Bei den letzten beiden Malen Übersehen gab die Einstellung Dass es nur auf sieben Tage eingestellt war Das wusste ich nicht Ich hatte das übersehen Aber jetzt hab ich das Komplett umgestellt Und natürlich dafür Einen neuen Link generiert Und Also der Link, der jetzt da oben drin ist Der ist jetzt so immer gültig, ne? Also Oh, diese Stelle kommt mir gar nicht Ist mir so unbekannt Das kenn ich hier gar nicht Wo? Bitte Bin ich hier? Ich bin bei einem Eingefrorenen Eis? Äh, See? Okay Das ist irgendwie geil Ich bin hier gar bei einem Eingefrorenen See, Leute Den kenn ich gar nicht Hier war ich noch nicht Wie cool ist denn das? Das gibt's doch gar nicht Ich bin bei einem Eingefrorenen Eingefrorenen Das haben wir doch nicht Das ist hier Leute, das ist vollkommen Von uns Wo bist du schon wieder? Du Schwachkopf Oh Mann Das kann nicht sein Ernstes sein Es ist doch schon wieder nicht hier Oh, das gibt's doch jetzt nicht Doch, du komm da Wo denn? Da Ja, komm, 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 komm Na, Gott sei Dank Ja, leider Das Pokémon haben wir noch nicht Ja Neues Pokémon Dann ist das Ich glaube Europe So hieß das ja, glaube ich Ne Müsste ja nicht sein Ja Weil die Robbe Hatten wir nämlich noch nicht Mega mäßig Wie cool Ja Ja Geil Aber bei dem See War ich ja auch noch gar nicht Komm, 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 komm Sei gefahren Bitte, bitte, bitte Oh, ho, 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 ho Dein Ernst jetzt? Du bist also noch einer auf dem Deckel? Mit Vergnügen Dann hau dir jetzt den Schild kaputt Ich hab dich gewarnt Du wolltest es nicht hören Selber schuld Und Let's go Jehaa Jehaa Leute Bokodex Helft Neues Pokémon Heute geworden Jehu Na, ist die Folge doch Gut geworden Ja Wo haben wir das denn jetzt? Ich glaube doch Gibt es auch noch eine Weiterentwicklung Hier, Röppchen Wo bist du denn jetzt? Ja, das war ja eine Robbe Röppchen Wo bist du? Aber ich Ja Ah Gibt es noch eine Weiterentwicklung? Cool Ne Werden wir dann auch noch Dann, äh Ne Uns versorgen 按 Dann, release Dann, release Dann, release Nein, nein, 10 Rebe. 10 Rebe, 10 Rebe, 10 Rebe. You will come. You will come. You will come. Funny, e-chall. You will come. Let's see. Warte mal, habe ich das WUPA schon? Ich glaube das WUPA auch noch nicht kann das sein. Warte mal, das habe ich sogar noch gar nicht. Oder? Das ist die... Was? Noch ein neues Pokémon, Leute! Warte! Wo ist denn? Da! Moment, stopp, stopp, stopp! Da! Schneller, schneller, schneller! Verkackt nochmal! Ja! Ich werde bekloppt wie mega! Ja! Nein! Äh! 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 Noch ein neues Pokémon, Leute! Äh, das ist ja fantastisch hier! Und wie gesagt, hier bin ich tatsächlich noch nicht gewesen! Ah, jetzt habe ich außerdem ihn gemacht Das wollte ich doch gar nicht Pikachu, let's go Das war jetzt ein Versehen Die wollte ich gar nicht erschlagen Die wollte ich gar nicht nehmen, meint ich Was ist das hier? Ach, Muschatz Ja, die Weiterentwicklung von Muschatz Habe ich ja auch schon Nicht mit mir anlegt, ich tue es nicht Ich bin mal gespannt, ob ich hier noch was Neues finde Wir werden mal weiter Ein bisschen hier am See rumlaufen, Leute Gucken, was noch so kommt Aber hier am See, wenn ich das jetzt hier nicht gewesen habe Habe ich völlig übersehen gehabt Den hatte ich komplett irgendwie gar nicht Ja Aber außerdem sehe ich, hier fühlt sich ein richtiger Weg Das wusste ich nicht Ne, ist ein Fluss, ist das hier eingefroren Ach, das ist ein eingefrorener Fluss Ach, das ist ja geil Ha Auf jeden Fall, heute zwei neue Pokémons Mega mäßig Was für ein Erfolg heute Eigentlich wollte ich die Quest erledigen Dann habe ich dabei auch noch zwei neue Pokémons bekommen Aha, wie cool So, wir laufen ein bisschen jetzt den Fluss entlang Ja, komm Oh, ich wollte schon sagen Oh, komm mal Komm, komm, komm Ja Wuhu Zing Noch eine Noch eine Ah, komm mal her Zing So Noch eine Robbe Wo ist das denn das Muschers Was sich gerade geht Ach, egal Oh, Plaggmon sind auch hier Halt ich aber auch noch gut Aber ja, aber Plagg ist Bei den Aber eigentlich brauche ich das bei den Pokémons Ja sogar Weil das Katschot EP ja auch schon so heftig war Das ist eigentlich gar nicht mehr nötig Aber okay Aha, so ist es also hier So Leute Die Folge sind auch schon durch Leider Und nächste In der nächsten Folge geht es halt Natürlich weiter mit der User Und Ähm Äh Genau Von Quikkel Oder so hieß das ja Naja Um diese beiden Quest zu erledigen In dieser Folge haben wir dann jetzt halt So halt Erfreulicherweise Da war bei dir Haar voll im Kopf, wa Erfreulicherweise Oh, das ist hier gegangen Cool Erfreulicherweise Schon rot Die beiden fehlen auch Aber die sind glaube ich noch gar nicht im Spiel Das hier habe ich auch schon alles 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 Hier nur noch das Und das fehlt Und das Hier fehlen nur noch diese da Die drei Sonst habe ich auch das Alles Auch das hier Das muss ich noch weiterentwickeln Das ist aber vom Ach das ist nicht vom Giraffe Achso Das ist von ihm Dann auch das hier Der fehlt noch 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 Und boah Wow Aber sonst Habe ich schon langsam Eigentlich schon alles Was es hier so gibt Aber doch Müssen wir noch einiges finden Leute Ich freue mich schon Wenn wir das Piepsi Ne Togepi Entschuldigung Das Togepi Bald haben Das wird so cool Igli Puff Aha Kenn ich gleich Das Igli Puff Das ist mir neu Und der Baum Wenn der bald dann kommt Dann freuen wir uns schon drauf Ne Leute Also bis dahin Leute Abonniert meinen Kanal Gibt mir einen Daumen hoch Und bis zum nächsten Mal Bye